How do you combine state-of-the-art technology with innovative maintenance procedures? Um so viele Daten wie möglich zu generieren, um auch im späteren Verlauf auch nicht nur zustandsbasierte Wartung, sondern auch eine wirklich permanent überwachte Instandhaltung umstellen zu können, setzen wir da unsere Automatic Vehicle Inspection, sprich AVI, ein, um diese Daten zu verarbeiten. Raylegent ist das System der Siemens Mobility, wo von allen Serviceprojekten und Zügen, die daran angeschlossen sind, alle Daten einfließen, um so Instandhaltungsintervalle vorzukasten, zu sehen, wann ist eine Komponente wirklich so weit, dass sie einer Instandhaltungsstufe bedarf, was viel Effizienz natürlich bringt. Und wir jederzeit auch in der Lage sind, ein Fahrzeug online zu monitoren.